herz und zu einem neuen video heute mal wieder jump world lange nicht gezockt ok zwei drei willkommen aber ich hoffe es geführt ein magier als baukünstler hat der typ der hat dieser gg gucke ist schon wieder übrigens eine tages map also beste map des tages der hat so oft welche dabei das ist echt seltsam gut okay das war schlecht ich gönn mir jetzt ein fehler ich hoffe das ist fast der letzte war jetzt reicht's langsam okay jetzt reicht's eh ne oder warum verkack ich diesen jump und kann sagen so schwer aber dann noch im nächsten danach nächsten checkpoint bereits wieder äh ein weiterer checkpoint ich finde die checkpoints sogar ein bisschen zu oft muss ich sagen ich habe plus kommt ich kein plan durch die Nuss der gestorben verplägt ja Gott sei Dank ich werde mich jetzt mal bergigen echt gut gemacht so eine Frage schon ich habe ohne Fettkampus da ist das halt nicht ja wird euch nicht kennt am Pusten okay wow mädchen Ach nee, oder? Hallo Ich deuten besser, wenn ich manchmal anhande Hallo, wieso schaffe ich diese Sprünge manchmal nie? Und wenn du von Kante zu Kante gehst, geht's, ah wie? Ja, ich versteh sowas nie Das ist Minecraft logisch, die muss man nicht verstehen Man muss halt bloß können Okay, so Ich mag's von dir 5 Okay, das war's 43 Fels, okay Ich fand die mal wieder sehr geil Lass mich da wenigstens als Favoriten hinzufügen Gigi Gurke Okay, ich würde dann sagen, falls es euch gefallen hat dieses relativ kurze Video, aber egal Wollte ich sagen, danke fürs Zusehen Und dann sehen wir uns morgen bei einem weiteren Video Wieder bis dahin Viel Spaß